Mal kurz rüber ins Studio. Auf dem anderen Platz ist nämlich ein Tor gefallen. Wir haben hier das erste Tor für den V. Jetzt kommt der Schuss. Super Tor. Innenforsten und dann rein. Schönes Bild. Und da sieht man, das ist wirklich eine Einheit. Trainerteam, Spieler, die harmonieren richtig gut. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Ja, in der Tat. Viel zu schnell.